Hallo zusammen zu einer weiteren Folge. In der heutigen Folge geht es um den Microsoft Defender for Cloud. Genauer gesagt, wie Sie eine Benachrichtigung einrichten können, wenn ein sogenannter Security Alert, also eine Alarmierung, generiert wurde. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen in diesem Video. Ich befinde mich im Azure Portal und wir suchen den Microsoft Defender for Cloud. Wenn der bei Ihnen nicht angezeigt wird, navigieren Sie zum Suchfeld, geben Sie ein Defender, dann wird der Microsoft Defender for Cloud angezeigt. Es geht um die sogenannten Security Alerts. Ich habe hier einige sogenannte Beispielalarmierungen generiert. Das können Sie ebenfalls machen, wenn Sie hier zu den drei Punkten navigieren, dann wählen Sie aus Sample Alerts, Sie wählen Ihre Subscription aus und dann die Kategorie. Ich habe einfach Virtual Machines ausgewählt. Es gibt aber auch reale Bedrohungen. Beispielsweise hier ein wenig weit drunter finden wir den Domain Controller. Und da sind beispielsweise verdächtige Authentifizierungen durchgeführt worden. Aber eben, es geht jetzt nicht um das reale Beispiel, sondern es geht um dieses Beispiel hier, um ein Sample Alert. Und zwar geht es um Ransomware. Stellen Sie sich jetzt vor, das wäre wirklich eine reale Gefahr, die vorhanden ist. Ransomware wurde entdeckt und Sie möchten nun eine Benachrichtigung erhalten, weil Sie haben nicht immer die Zeit, den Microsoft Defender for Cloud aufzurufen und dann die verschiedenen Security Alerts anzuschauen. Aber Ransomware, das ist etwas, was Sie beschäftigt. Da möchten Sie darüber informiert werden. Da gibt es dann weitere Aktionen, Take Actions, unter anderem Trigger Automated Response. Und das will ich Ihnen nun zeigen, wo Sie das einrichten können. Wir navigieren zurück zu Microsoft Defender for Cloud. Ein wenig weiter unten finden Sie Workflow Automation. Und bei Workflow Automation wählen wir aus Add Workflow Automation. Wir geben einen Namen an, zum Beispiel E-Mail. Und dann füge ich das Wort hinein, und zwar eben Ransomware. Es geht um die E-Mail Benachrichtigung bei Ransomware. Also hier soll eine E-Mail versendet werden. In etwa so. Dann die Subscription. In meinem Fall ist es Visual Studio Enterprise Abonnement. Dann wählen wir eine Ressourcengruppe aus. Ich habe eine Ressourcengruppe angelegt, die heisst TW, minus MDFC, Microsoft Defender for Cloud, und dann minus RG. Und jetzt kommt eben die Trigger Condition. Es ist ein Security Alert. Keine Recommendation, keine Compliance Empfehlung, sondern es ist ein Security Alert. Und dann Alert, Name Contains, und dann eben Ransomware. Dann geben wir an das Severity. Und ich würde einmal sagen, hierbei handelt es sich um High. Sie können auch alle auswählen, wenn Sie möchten. Aber ich glaube, so Ransomware, würde ich sagen, ist sicherlich mal, nehmen wir Medium und High mit. Das ist sicherlich mal ein Schweregrad, oder beide Schweregrade, die wir auswählen können. Ransomware, Medium und High, würde sagen, das passt. Dann navigieren wir ein wenig nach unten. Und jetzt sehen wir hier, wir möchten alle Logic Apps sehen von den angegebenen Subscriptions. Hm, da gibt es keine, weil Sie sehen hier, keine Auswahl, keine Logic App steht zur Verfügung. Das heisst also, wir können eine eigene Logic App erstellen. Wir wählen hier aus Visit the Logic Apps Page. Und jetzt wird ein neues Register gestartet und wir sind in den Logic Apps. Nun wählen wir aus Add. Wir klicken auf Add. Und dann müssen wir die Subscription auswählen. Zum Beispiel Visual Studio Enterprise Abonnement. Dann die Ressourcengruppe, keine neue. Ich wähle hier aus eine bestehende Ressourcengruppe. Dann der Name, zum Beispiel MDFC-Email. Und dann der Workflow. Und dann geben wir noch die entsprechende Location an, Switzerland North. Und dann wähle ich aus Consumption. Also nicht Standard. Standard wäre da ideal, wenn Sie regelmässig oder oftmals mit dieser Logic App arbeiten. Consumption bedeutet Pay as you go. Also immer dann, wenn diese Logic App verwendet wird, muss ich etwas bezahlen. Ich würde sagen, das passt soweit. Tags brauchen wir nicht. Review and Create. Und jetzt soll diese Logic App erstellt werden. Die Validierung war erfolgreich. Wir klicken auf Create. Und jetzt wird die Bereitstellung durchgeführt. Dauert ein paar Sekunden. Und ich warte, bis dieser Schritt abgeschlossen ist. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Wir wählen aus Go to Resource. Und jetzt befinden wir uns direkt in unserer Logic App. Nun können wir den Logic App Designer starten. Das werde ich gleich machen, damit wir nun mit dem Designer arbeiten können. So, und jetzt müssen wir den Trigger auswählen. Wir klicken auf Add. Und jetzt suchen wir einmal nach Defender beispielsweise. Aber richtig schreiben, Defender. Und dann haben wir hier verschiedene Triggers, die wir auswählen können. Zum Beispiel Microsoft Defender für Cloud-Warnung. Oder Sie sehen hier Cloud-Empfehlung. Also eine Recommendation. Oder Cloud-Konformität. Das wäre mal eine Möglichkeit. Das sind die verschiedenen Triggers, die uns hier angezeigt werden. Ich würde auch mal sagen, der Trigger Cloud-Warnung, Microsoft Defender for Cloud-Warnung, den nehmen wir einmal so mit. Wir wählen hier den Trigger aus. Und jetzt müssen wir eine Verbindung aufbauen. Das werde ich ebenfalls schnell machen. Und jetzt haben wir die Verbindung aufgebaut. Connected zu Microsoft Defender for Cloud-Alert. Perfekt. Dann verschiedene Settings, die Sie konfigurieren können. Beispielsweise auch Trigger Conditions, Networking, etc. Und dann noch die Code-View und About. Und ich würde sagen, das passt soweit. Und wir können einmal dieses Fenster hier schliessen. So, und jetzt haben wir hier den Designer und wir sehen einmal die Übersicht. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den Legacy Designer aufzurufen. Wir wechseln zum Legacy Designer, weil ich möchte Ihnen da auch noch eine Option zeigen. Und zwar beim Legacy Designer können Sie auch suchen. Und zwar ebenfalls nach verschiedenen Conditions, aber auch nach verschiedenen Actions. Sehen Sie, das ist der Legacy Designer. Und hier können wir ebenfalls suchen nach Popularity oder aber auch, wir wählen hier einmal Security aus. Und schauen Sie mal, da ist eine Kombi, also eine Art Paket, sage ich jetzt mal. Und zwar Get Notification by Defender for Cloud Detects a Threat oder Recommendation oder Compliance. Und jetzt wähle ich einmal genau dieses Paket aus, weil in diesem Template können wir mit dem Trigger und mit der Action arbeiten. Darum wähle ich aus Use This Template. Perfekt. Dann haben wir beide Optionen. Office 365 Outlook und den Microsoft Defender for Cloud Alert. Wir klicken auf Sign In. Es muss eine Anmeldung durchgeführt werden. Dauert ein paar Sekunden. Ich wähle hier mein entsprechendes Konto aus. Und dann sollte auch das bereits schon funktioniert haben. Perfekt. Dann haben wir hier die beiden Optionen. Wir haben die E-Mail Benachrichtigung und den Trigger Microsoft Defender for Cloud Alert. Wir klicken auf Continue. Und jetzt können wir hier das Ganze noch für unsere Bedürfnisse anpassen. Den Trigger, den haben wir. Jetzt aber haben wir hier die Benachrichtigung. Und jetzt müssen wir das Konto auswählen. Und da verwende ich beispielsweise einmal meine E-Mail Adresse. Das ist tom und dann at tomwechsler.ch. Das müsste soweit passen. Und dann das Subjekt Microsoft Defender for Cloud hat einen Security Threat ermittelt. Und dann folgt die Information Alert Name, Attacked Resources etc. Sie können hier mit dem sogenannten Dynamic Content arbeiten. Sehen Sie hier Dynamic Content, um das E-Mail die Benachrichtigung für Ihre Bedürfnisse entsprechend aufzubauen. Ich belasse das einmal so wie es ist. Importance ist High. Parameters brauchen wir nicht. Das passt aus meiner Sicht. Und wir klicken auf Save. Und jetzt wird diese Logic App gespeichert. Und wir sehen, das war erfolgreich. Das bedeutet, wir kehren zurück zu unserer Logic App. Wir suchen einmal hier im Suchfeld nach Logic Apps. Dann, wenn wir die Logic App sehen, bzw. jetzt heisst es hier, dass noch etwas nicht gespeichert ist. Ich möchte da sicherstellen, dass da alles gespeichert ist. Das müsste eigentlich der Fall sein. Und ja, es gibt nichts mehr zu speichern. Kehren wir zurück. Wir sind wieder bei unserem Designer. Wir haben hier die Übersicht. Also, ich würde sagen, wir haben schon alles gespeichert. Also, jetzt bin ich bei der Logic App. Ich wollte trotzdem nochmals schnell suchen. Geben wir ein Logic Apps. Dann müsste die Logic Apps hier angezeigt werden. Jetzt navigieren wir hinein. Weil wir können selbstverständlich unsere Logic App testen. Indem wir sagen Run, um einfach mal einen Run durchzuführen. Und Sie sehen, successfully checked the trigger. Okay, das ist einmal soweit in Ordnung. Jetzt navigieren wir zum Postfach und wir sehen hier eine Benachrichtigung. Und zwar, eben die Logic App wurde ausgeführt. Selbstverständlich sind jetzt hier keine Informationen vorhanden, weil wir haben ja nur einen Testlauf gemacht von unserer Logic App. Jetzt will ich Ihnen aber zeigen, wie Sie das testen können. Und zwar kehren wir hier zurück. Wir sind noch nicht fertig bei unserer Konfiguration, bei unserer Workflow Automation. Jetzt wählen wir hier Refresh aus. Dann müsste unsere Logic App angezeigt werden. Sehen Sie, da ist sie. Perfekt. Die wählen wir nun aus. Also, die Konfiguration ist wie folgt. Zuerst den Namen von unserem automatisierten Workflow. Dann die Beschreibung, die Subscription, die Ressourcengruppe. Dann geht es um einen Security Alert. In diesem Alert muss das Wort Ransomware enthalten sein. Wir geben das Severity an und unsere Logic App. Und jetzt wählen wir Create aus. Und jetzt wird dieser Workflow Automation Task eingerichtet. Und wir sehen, er wird hier entsprechend aufgelistet. Und jetzt testen wir. Wir navigieren nach oben, wählen wieder die Security Alerts aus. Und was ich jetzt machen werde, ich werde nochmals solche Sample Alerts generieren. Wir navigieren zu den drei Punkten. Sample Alerts. Dann wählen wir die Subscription aus. Dann die entsprechende Kategorie Virtual Machines. Das passt. Virtual Machines ausgewählt. Wir klicken auf Create Sample Alert. Jetzt dauert das ein paar Sekunden, bis diese Beispielalarmierungen generiert wurden. Und wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, sollten wir in unserem Postfach ein E-Mail erhalten, dass ein Alert generiert wurde, dass eine Alarmierung stattfand. Mit dem Wort darin enthalten, Ransomware. Und schauen wir gleich ins Postfach. Das ist jetzt fertig. Diese Alerts wurden generiert. Ich sehe schon hier in diesem Register, da ist etwas Neues angekommen. Und schauen Sie mal. Wenn das nicht genial ist. Wir haben jetzt den Alert-Name. Sample Alert Detected Petaya Ransomware Indicators mit all den Informationen, die wir benötigen. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist eine echte Alarmierung. Dann sind Sie ab jetzt immer bestens informiert. Dann nehmen Sie ein. Untertitelung des ZDF, 2020